so liebe leute willkommen zurück zu einer weiteren folge burke mili 2 für die nintendo switch und wir nähen uns glaube ich langsam aber sicher in dem finale wir befinden uns im schlankentempel und da geht es noch weiter ich weiß nicht wussten wir hier rein oder kommen wir von da ich weiß nicht mehr dafür müssen wir noch ein paar nee ich glaube da waren wir doch von da sind wir gekommen also müssen wir nach oben gut ein huhn von oben runter gekommen oder bin ich verkehrt noch kurz die karte abchecken hier nach oben gekommen wir müssen weiter hoch genau oder weiter hoch da oben geht es ja weiter ich sehe ja da links geht es weiter ok geht es hoch ok ähm oh warte das war natürlich dumm das war natürlich dumm aber nein ok wo geht es auch einen müssen noch rüber kleine sohn ja gut naja ist mal abchecken es ist eine riesen karte hier also nicht dass man sich die ganze verläuft und ich weiß wo man hin soll also es ist schon wichtig immer wieder mal auf dieses kärtchen zu gucken denn oh nein warte tot na gut gut warte 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 Okay, warte. Das ist einfacher, ne? Eieiei, da ist doch wieder eine Partie hier, oder? Das ist einfacher, nach rechts zu springen, hochklappen. Das ist einfach so, ne? Da. Da ist doch gut, dass wir dich kennen. Hallo, wir reden auch so. Lujaro, wurde aber auch Zeit. Meine Geschwister reden ständig von dir. Auch wenn du von ihnen die wahre Geheimzahl hast. Schließlich ist nur ein Stein, hätte als Muskeln. Wir sollten dankbar sein, dass diese Pose... Nein, wir wollen jetzt nicht reisen. Ja, beim nächsten Mal garantiert. Warte mal, ich bin auch hier hoch, sehe ich gerade. Machen wir auch noch mal kurz. Okay, von da oben kommen wir nachher wieder runter, wie ihr es dann seht. Gut, dann gehen wir hier durch. Ein kleines Kämpfchen gefällig? Aber klar. Ach ja, der war das. Okay. Ist er komm in? Mann! Ah, du Spacko! Was? Keine Gegner? Das wundert mich gerade hier. Wir hätten noch ein paar tausend Gegner sein müssen, oder? Uh! Bam! Alle aufs Maul hier. So, gespeichert. Oh, jetzt wird's eng. Oder? Hatte ich auch nicht. Warte mal. Ich dachte, ich möchte die Zeit verändern. Dann geht's vielleicht in die andere Richtung. Was tut's nicht? Ach, nur jetzt? Den hab ich aber platt gemacht, oder? Und zwar richtig cool auch noch. Oh, nein! Oh, da hätte ich höher. Das hätte höher gehen müssen. Aber, die Taktik war sehr gut. Bin stolz auf dich, Schanzen. Oh, warte, warte. Nein! Ich bin zu dumm. Oh, nein! Oh, nein! Nein! Ah, da hätte man den Flitzebogen machen müssen, ne? Shit. Na gut. Hahaha. Oh, geht aber richtig scheiße. Ich zu. Nein! Ah, ich bin zu ungeduldig. Merkt ihr das? Ich bin zu ungeduldig. Ich will es immer gerne alles auf einmal haben. Zum Vergleich schaffen. Oh, nein! Oh, nein! Ich hätte abspringen können. Oh, das ist doch bescheuert. Was mache ich denn da, ey? Nein! Okay, gehen wir noch. Hast du so ein bisschen Frust drin in dem Spiel? Kann man auch keinen verübeln? Na gut, jetzt legen wir es an. Pass auf. Jetzt kann ich es gerade. Merke es. Jetzt aber. Hier, tu. Hier, tu. Oh, aber der ist nicht tot. Das ist schon mal gut. Nein! Okay, wir holen sie mal. Oh, nein! Warum immer gleich ganz runter? Warum haben die so einen Wucht drauf, die Spackos? Mann! So, den haben wir natürlich so ganz easy weggenutzt, aber das wird nicht so leicht zum anderen hier. Oh, nein! Oh, Mann! Ich muss da diesen, ich muss gleich einen anderen Power-Umruf machen, damit ich die umhauen kann. Vergess ich immer. Leider dieses fliegende Ding schaffe ich irgendwie nicht bei dem. Warum auch immer. So. Bei dem geht's. Ja, weil er überrascht wird von mir. Aber bei den beiden, da muss ich mir was anderes überlegen gleich. Oh, das ist ein fieses Ding. Wirklich. Oh, das ist ein fieses Ding. Ah, siehste. Jawoll, ja. Okay, hier müssen wir... Hier wird sich anders gehen. Wo? Nein! Nein! Okay. Ich muss mal auf alles gefasst sein hier, ey. So. Oh! Ich kann noch warten da, warum mach ich das nicht? Warum bin ich mir so behindert und mach das nicht? Das ist echt schwer hier. Okay, noch ein bisschen auf den Sack. Der Schlangentempel. Oh nein! Oh, ich war da schon fast da. Oh, nochmal. Ich weiß nicht, warum ich das nicht schaff. So was. Oh, Gott sei Dank. Mein Gott, oh Mann. Da geht's ab jetzt. Mal speichern. Ah, danke sehr. Oh, nee, ne? Okay. Ihr wollt Action? Hör mich mal. Nein! Okay, aber das ist, glaube ich, zu schaffen. Das sieht gar nicht so schwer aus. Okay, der ist nicht dumm gewesen. Oh, oh, das Ende kommt. Oh, nein. Oh, fuck. Nein! Oh. Oh, echt. Also, ich verlange jetzt ja ein Alles ab, ne? Oh, nein. Ihr seht mich nur sterben, ich weiß. Oh. Oh. Oh, beide Toten, ne? Leider nicht. Oh, oh. Ah, was trifft er noch? Ne? Oh. Haha, idiot. Hey, look at. Mein Gott Okay Mein Gott, man kann nirgends verspeichern, ne? Nur mal sehen bei Warte mal kurz, ich habe keinen nach oben Guck mal, kann man sogar nach oben Ich werde verunerwegt drauf gehen Okay, das war dumm, muss man noch mal doppelspringen Okay Okay Nein Oh fuck Oh nein, nein Okay, jetzt hat er mich fast Aber nur fast Alter, bleib mal da hinten, bleib mal da hinten, bleib mal da hinten Die kriege ich noch So Alter Warte mal So Okay, warte mal Gehen wir hin Einmal nach oben laufen Und dann Und dann Okay Okay, so Mein, dieser Tempel ist einfach gigantisch groß, oder? Eh, der ist auch hier, oder? Eieiei Oh, okay, ist jetzt schwer Oh, da muss er auch einfach richtig flott sein, warte Ich weiß aber auch wie Hui Achso, okay, warte Oh, da kommt wieder ein Drache, genau Nein Hier runter? Wahrscheinlich, ne? Nein Oh, fuck it Okay Bitteschön Okay, warte Fieses Ding Guck mal weiter runter Oh, nein Scheiße Oh, fuck Das schafft man nicht Oh, da müssen wir schnell sein Da müssen wir richtig schnell sein Okay Okay, dann müssen wir so schnell sein, dass ich nicht draufgehe Okay, wir machen es mal als Erwachsener Oh, nein Oh, nein Oh, das ist natürlich echt Ein fieses Teil Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, scheiße Oh, nein Versuch, ich versuch den Drill Eh, den Drill im Dreh Okay. Nein! Oh, mir ist der blöde! Oh, da hab ich Glück gehabt. Da hab ich grad Glück gehabt. Oh, warte, nehm ich noch mit. So, ich will mal speichern. Alter, wie groß ist denn dieser verfickte Schlangentempel, mal ganz im Ernst. Da unten kommen wir wieder zur anderen, da brauchen wir nicht hingehen, da waren wir schon, da brauchen wir nicht hin. Oh, warte. Super. Wo sind wir jetzt hier? Schon wieder so viele Wege. Ich mein, ich find's ja cool, wenn's... Das Spiel ist natürlich nicht sofort vorbei und so, das find's geil. So. So. Gut, aber ich würd sagen, das reicht doch erstmal für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020